But you wake me up I was just a sleepwalker You wake me up Was just a never sleepwalker Hallöchen Freunde und willkommen zurück hier zu Kirby Schattenbedrohend Traumland Ich in Welt 5, Neubi grad beim Endboss von Welt 3 Und ich drück dir alle Daumen, die ich zur Verfügung habe, ja? Ja, ja, ich bin schon wieder Zumindest alle, die ich nicht brauche, um das Gamepad zu benutzen Junge, geh mir auf den Sack Mach doch schon Das ist nicht der Ernste Aber der Dieter Möglicherweise, ich weiß es nicht, ich kenne ihn nicht persönlich Was ist denn das für ein komischer Flummi? Du magst den Dieter nicht Nee, die Sonne ist tot, aber den krieg ich nicht taun So, hey Da weg, wollte ich sagen Ich finde es ja lustig, dass die Viecher hier mit der Welt ihre Farben ändern Das ist sehr einfallsreich Okay, da war nichts Die Sache ist, wenn es hier diese Feuerkugel gibt, dann brauchen wir die vielleicht auch Selbst wenn ich gerade ganz zufrieden mit meiner Eisfähigkeit war Aber naja Äh, hoch, oben oder unten, maybe? Oben Mal gucken, ob er Oh, okay, das ist Das ist jetzt nicht unbedingt schlecht Das heißt, wenn es den nicht gibt Ja Dann können wir den wahrscheinlich ganz gut gebrauchen Was habe ich gerade für dich gemacht? Was? Was habe ich gerade für dich entschieden? Äh, ob ich durch die Tür oben oder unten gehen soll Achso Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war Ich weiß es auch nicht Oh Gott Ich habe mit Absicht Scheiße für dich entschieden, weißt du Ja, gut, das ist, äh, so kenne ich dich ja auch Ja, wäre ja auch verständlich Ich liege ja hinten Ja, ist richtig Also du kannst ja nur das machen, was dich irgendwie dazu bringt, dass du noch gewinnst Dass du viel Zeit ausgleichst Sterben Okay, sterben hilft dir dabei, glaube ich, nicht weiter Ich bin da kein Experte für sterben Aber übrigens, ich bin auf, ähm, Rang 1 gekommen Dann bin ich bis jetzt noch nicht einmal gelandet Ich habe jetzt ungefähr immer zum Abschätzen im Kopf Muss ich nochmal machen, oder? Nein, muss ich nicht, sehr schön Aber ich glaube, in Welt 3 gibt es jetzt noch eine Sprung, ja, Sprung kannst du behalten In der letzten Folge hat Sprung zwar relativ gute Dienste geleistet Beim Bossgegner, aber jetzt brauche ich das eher weniger Oh Mann, okay Runde 2 mit Sprung Das war jetzt dezent dumm von mir Ich habe gerade ein Ufo abbekommen Bist du dumm? Brauchst du Sprung? Und, äh, ja, dann habe ich den Sprung umgebracht Und jetzt muss ich dann trotzdem wieder nach oben fliegen Jetzt habe ich ein zweites Ufo abbekommen Ah, ist ab und zu, gell? Kann man dann weiter nach oben? Nee Okay Warum sind da die Knutschschweine eigentlich eingeschlossen? Das ist doch die Frage, die wir uns an dieser Stelle stellen sollten Ein Reifen Ja, das ist wie Käse, der muss noch gut reifen Der war nicht gut Der war spitze, ich weiß Okay, das funktioniert also nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte Na ja, dann nehmen wir halt hier ein bisschen Elektro mit Ich habe gerade den Mr. Beam dabei Cool Und jetzt bin ich wieder gestorben Das ist nicht so cool Na, da kam ein Tornado Ich bin noch nicht zu spät gesehen Jetzt habe ich ihn selber Den Tornado Okay, das war doof Naja, gut Ein Leben und eine Maxi Tomate Weniger für mich Beziehungsweise weniger kann man nicht mal unbedingt sagen Ich habe sie halt nicht bekommen Deswegen wird mir ja keine abgezogen Ja, wie soll es doch einer aufgespart haben Ja, eben Benutzt du doch eh gleich An Maxi Tomaten ja, aber es wäre ja noch ein Leben Übrigens, ich bin auf Rang 1 gekommen Halt die Fresse Willst du ein paar Leben haben? Ich habe 30 Halt die Fresse Ich habe gerade wieder 0 Ich bin echt gut mit dem Spiel, muss ich sagen Willst du lieber wieder Spongebob spielen? Nein Warum nicht? Spongebob wurde dein Lieblingsspiel Aber auf alle Fälle Ich kenne dich doch Sitze zu Hause immer und denkst dir Ach, Alter, jetzt der runde Spongebob Am besten das Level von dem Roboterfisch Das Level, wo ich total verkackt, äh, versagt habe Was? Du hast doch versagt? Glaube ich dir nicht Kann nicht sein Wurde ich dann auch noch neu anfangen durfte Ach, ist das dumm Drei Leben Oh, ich habe 33 Leben, Neubi Willst du noch haben? Halt die Fresse Ohne Mist Halt etwa die Klappe Stein und Tornado Naja, gut Wir probieren erstmal mit Äh, was ist das da oben? Ach, das ist Level 2 Okay Dann jucken wir mal die Nase Denn das ist nützlich Den weiteren Spielverlauf Okay, das hätte ich Nur hier weiter Steh ich nicht Ich kann es ja auch nicht sagen Musik ist geil Oh Mann, ey Oh, okay, Meta Knight Ach doch, es geht Nach oben zu Aber Gabelkrieger Alter Gabelkrieger Komm her Noch ein Gabelkrieger Ciao Dettedetted Alter, geh weg Du scheiß Flummi Flummi Fähigkeit Oh Mann Wahrscheinlich nicht so klug Vor allem hier Wenn überall Abgründe sind Dann hier irgendwie Mit dem Flummi Unkontrolliert rumzuspringen Das halte ich irgendwie nicht für die klügste Idee. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, das könnte richtig sein. Maxi-Tomaten? Ah, Elektriker. Elektriker sind immer gut. Wenn man nachher oben ist, kann man nach unten, wie wir alle wissen. Okay. Und das war ein erfolgreiches Level. Und ich bin auf die Eins gekommen. Halt auf die Knöpfe. Ist irgendwas, mit dem du nicht zufrieden bist, Neubi, oder? Mit allem. Neubi, sei nicht traurig. Ich muss das Level nochmal machen. Das dumm ist, dass du trotzdem so übelzeit vor mir bist. So, ich bin das erste Mal auf die Eins gekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ein Ufo. Oh mein Gott, ich habe ein Leben bekommen. Geil. Jetzt wirst du gewinnen, Neubi. Das sag ich dir. Siehst du, Ausrufezeichen. Drücke schnell A. Siehste? Hi nun. Hm. Ich sag doch, die sagen dir das an, was du machen musst. Was sind das hier eigentlich für Hackebeil-Typen? Weiß doch, Hackebeil wird... 16 habe ich schon klar da unten. Ist das gut? Der letzte hat mich mit 14 umgebracht. Ich fühlte 16. Ich habe durchschnittlich 15. Jetzt hatte ich auch 15. Jetzt kommt Meta Knight. Ne, jetzt kommt König DDD. Oder hast du den schon? Das sind 5 Level. Ja, das fünfte war jetzt. Ja, davor kam König Nickerschen. Ja, ich weiß nicht warum der in dem Spiel König Nickerschen heißt. Ging total bekloppt. Aber, ja, Meta Knight hat mich grad getübt. Ja, mich auch. Mit 14 und ich hatte 15. Ja, geht mir genauso. Aber ich habe immerhin ein Leben bekommen. Ja, geh halt schneller. Ich habe keine Zeit. Okay, das Level darf ich nochmal neu machen. Ach, man kann sich da reinsetzen. Was ist dann? Wo reinsetzen? Und die Kanone. Ja, da kommst du zu dem Leben. Die Kanone lohnt sich noch nicht. Aber ich glaube später würdest du da mal noch irgendwie... Und doch für mich lohnt sich Leben immer. Ja, für mich nicht so. Halt die Fresse. Sag mal so, ich freue mich natürlich wenn ich ein Leben kriege. Aber das ist jetzt irgendwie nicht Fürst Prio bei mir. Aus irgendwelchen rätselhaften Grünzen. Genau, die rätselhaften Grünze. Die kennt man. Kennst du sie nicht? Nein. Natürlich wenn ich rätselhafte Grünze, deswegen spreche ich ja von ihm. Oh mein Gott. Okay, Meta Knight Nummer 3. Alter. Entweder ist es ein anderes Level wäre, was ich tausendmal wiederholen muss. Und nicht eins, wo ich gegen Meta Knight und seine Crew kämpfen muss. Wie ich einfach... Null... Äh, Dings, ne? Ne? Konkurrenz für dich bin. Ach, nächstes Mal. Beim nächsten Spiel. Ich bin tot. Ah, jetzt habe ich nur noch 35 Leben. Es wird knapp. Ne? Ah, die Klappe. Das Gute ist, jetzt kannst du den Tibo ein paar Folgen abgeben. Wenn er nicht zum Aufnehmen kommt. Ja? Gute Idee? Ja? Nein? Vielleicht? Apfelkuchen? Und du weißt, dass ich das trotzdem hochladen muss, oder? Ja, ist richtig. Alter, ist das dumm! Wenn ich bin... Und das... Es liegt ja nicht daran, dass ich nichts bereitet habe. Jedes Mal, wenn er mich gefragt hat, hatte ich ja was bereitet. So ist es ja nicht. Es geht nur darum, dass es mich nervt. Wenn er mal nichts bereitet, mich dann kurz zu... Also es war jetzt... Weiß ich nicht. So einmal auf alle Fälle. Weiß ich ja immer noch, dass er so kurzfristig immer irgendwas macht. So. Bisschen doof. Was? Aber das eine Mal war es auf jeden Fall halt so richtig behindert, da hat er mich ja ganz kurz vorher gefragt. Ich meine, ich hatte ja was bereitet, aber es geht mir ja ums Aufnehmen. Rat mir, wie viele Punkte ich habe. Mit unserer scheiß 2K-Leitung ist das halt scheiße. Ja, was? Ja, was? 96.000 Punkte. Ich habe mich tot. Sag mal, wie schnell ist der Kunde denn? Ich reagiere ja gar nicht. Ich bin zu langsam. Und was halt nochmal? Au. Au. Ach, jetzt legt mich. Jetzt hätte ich zwei einen Hammer haben können, aber Hammer haben wir nicht mehr. Ja. Ja, natürlich trifft mich jetzt in der Luft. Oh, ist das behindert, Alter. Der Typ ist so fies. Ja. Junge. Muss ich das echt in der Reihenfolge machen? Na gut. Wir probieren es einmal. Ernsthaft. Ja, jetzt hat gerade irgendwas gewackelt in meinem Zimmer. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade nicht reagiert habe. Game over. Nummer 4. Oh, schön. So, das kommt weg. Ja, ja. Oh, Alter. Ernsthaft. Du willst mich doch verarschen. Okay, ich bin gleich tot. Nur weil ich diese verkackte Kanone hier aktivieren will. So, das Ding weg. Jetzt mache ich den hier. Zünde das an. Und gehe hier drüben rein. Mann, 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 ey. Was man nicht alles tut für ein Bonus-Level. How nun? Na toll, da kann ich wieder gegen Meta Knight verlieren. Ich habe gerade extra mal vorher gedrückt und jetzt was geschafft. Kurz nachdem bei mir in X stand, glaube ich. Ich glaube, das ist auch so verzeichen. So. Was ist das denn jetzt? Komischer asiatischer Tempel? Ach, was weiß ich. Ich hinterfrag's einfach nicht mehr. Ich fand diese Herbstwelt schön. Die war... Alter, was ist denn das für ein Löwe? Feuerlöwe. Kenn ich ja noch gar nicht. Die gab's im alten Kirby nicht. Naja, hier frisst das und ich saug dich ein. Feuerball. Okay. Äh... Neubi, Löwen sind Feuerbälle. Wollte ich dir nur sagen, ne? Für... Deine spätere Ausbildung als Zorwärter. Löwen sind Feuerbälle. Musst du vorsichtig sein. Okay. Dass du da immer irgendwelche... sichere Kleidung anziehst, gell? Feuersicher. Ja. Komm auf die 1. Nein, gerade so auf die 2. Schade. Sehr, sehr schade. Level 6. Oh, jetzt habe ich das How Nun vergessen. Naja, das kommt dann später. Ich dachte, Hi Nun. Ja, Hi Nun. Ist eigentlich richtig. Ne, ich glaube, das ist How Nun. Bin ich blöd, Alter. Boah. Was? Vorne hast du noch How Nun gesagt, deswegen war ich schon geht. Ja, ne, müsste How Nun sein, weil... How Nun ist ja hier von Western. Wir treffen uns How Nun zum Schießen. Ich bin ja bei einem Elefanten gestorben. Ah ja, Fun Fun, den kann ich auch nicht leiden, den Kerl. Ja. Ja, weil das so wenig Platz ist und dann die ganze Zeit rollt. Ja. Au. 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 Das tut vielleicht weh. Ich bringe mich jetzt um. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie ein Geheimlevel war. Das wollte ich lieber mal ausprobieren. So, jetzt muss ich aber nur noch rennen. Und dann sehe ich, ob da... Nein, war es nicht. Okay, ich habe mich für umsonst umgebracht. Aber sicher ist sicher, ne? Wie wir alle wissen. Ja, ist richtig. Lieber einmal gestorben, als den Level nochmal neu zu machen. Ist die Devise. Lustig ist immer, wenn ich mich umbringe, um mögliche Geheimnisse aufzudecken, ist in dem Level dann kein Geheimnis drin. Und ich habe mich vorkommen für umsonst umgebracht. Okay, da geht's raus. Dann gucken wir mal hier rein. Ich bin grad nur auf 5 gelandet. Das war schlecht. Hä, wie soll man denn da ran... Ja. Der Typ war noch nicht mal voll aufgeladen, trotzdem fängt er schon an, dass das hieß. Dann muss ich jetzt irgendwie einen Hammer dahin tragen. Oder kann man Stein unter Wasser benutzen? Ich glaube, ich muss einen Hammer hin tragen. Ich lasse das mit dem Scheiß hier. Kein Vorfall. Ich weiß nicht, ob das geht, aber... Das kaputt machen. So, Stein, komm her. So, ich hoffe mal, man kann den Stein unter Wasser benutzen. Und vor allem hoffe ich, dass, falls das geht, dass ich diesen Stein bis dahin nicht verliere. Bis ich ihn brauche. Das wäre dann nämlich nicht so schön. Komm, bitte. Nein, natürlich kann man den Stein nicht unter Wasser benutzen. Dafür brauche ich den Hammer. Na, sehr geil. Und wieder Meta Knight. Na, sehr geil. Okay. Toll, das heißt, ich habe mir den Stein jetzt für umsonst geholt. Manu. Au. Die Drecksviecher mit den Scheiß... ...Sperren. Also, die drei Zecken oder was auch immer das sind. Geh mir bis auf den Sack. So, dann gehe ich jetzt erstmal den Hau nun. Ja, ist Hau nun. Waddle du. Den Hau nun hauen? Waddle du. 14. Haha, wenn ich das so mache, dann kann ich Meta Knight besiegen. 17. Okay, so schaffe ich das nicht. 13. Was ist denn hier los? 13. Gucken, ob ich es schaffe. Wahrscheinlich jetzt gerade nicht. Fuck. 14. Wiederholung. Man muss ja wirklich die 13 schaffen. Ist das behindert? 14. Wiederholung. Alter, ich schaffe die 13 nicht. 14. Hä? Toll. Jetzt hat er mich umgelatzt. Mano. Na ja. Passiert. Hattest du wieder 14? Hm? Hattest du wieder 14? Nee, ich war jetzt bei 15. Was ist denn das hier? Aua. Na, wie ist die zweite? Aber immer noch kein Leben. Naja, ist egal. Was ist denn das hier für ein komischer Gegner? Absolut. Und. So, Level 6 von 4. Also von Welt 4. Ey, ohne Spaß. So ein komischer Selbstscrolling. Boss. Und jetzt habe ich gerade die Rakete kaputt gemacht. Bin ich ein Horst. Komm, mach irgendwas. Was? Mach irgendwas, wollte ich sagen. Na gut, dann halt nicht. Mach irgendwas. Na, da hat er mich gerade umgebracht. Nicht schön. Deswegen, das war ein bisschen abrupt. Mein Akku ist fast leer. Okay. Ey, der Feuerball ist aber ganz lustig. Weißt du, was ich immer sinnvoll finde? Ihr Akku ist fast leer. Da mache ich erstmal den Bildschirm vom Handy an. Ich habe nur so vom Grundprinzip her gesehen. Ja, ist voll logisch nicht. Ja, total. Ist richtig. Au. Au. Ach ja. So. Ich kann auch gleich wieder eine Aufnahmepause machen. Nein. Nein. Doch, können wir. Wir sind bei 21,5 Minuten. Mach nur noch das Level zu Ende, wenn du nichts dagegen hast. Ja, ist gut. Mach ich heute meinst auch noch, also ich versuche es nur ein bisschen aufzumachen. So. An. Aber ich sterbe wahrscheinlich hier gleich. So. Bams. Der geheime Schalter ist wenigstens schon mal gefunden. Wenn du dann nichts dagegen hast, mach ich noch den Boss schnell. Ja? Nein? Ja, mach. Vorausgesetzt diesmal schaffe ich es. War das halt eine längere Folge. Ja, wir sind gerade bei knapp über 22 Minuten. Ach schon. Je nachdem wie lange der Boss braucht dann. So, Mr. Boss. Okay, das war schlecht. Au. So. Äh, ich hab den Boss besiegt. Gut. Dann geht's bei mir das nächste Mal den Boss. Von Welt 4. So, ich tanze noch ein bisschen lustig rum. Du hast jetzt den Boss von Welt? 5 besiegt. Ah, du kommst auch weiter weg von mir. So Freunde, dann sehen wir uns wohl in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Haut rein.